Herzlich Willkommen! Was mich am meisten befriedigt, ist zu sehen, wie aus Opfern Agentinnen des Wandels werden. Dieses Zitat stammt von Mary Balikungeri. Sie leitet ein Frauennachbarschaftsnetzwerk in Ruanda, ein von Krieg gezeichnetes Land. Viele Frauen wurden dort systematisch vergewaltigt. Mary ist eine von Millionen Friedensfrauen weltweit. Deren Engagement ist es zu verdanken, dass die Vereinten Nationen vor zehn Jahren die Resolution 1325 beschlossen haben. Sie verpflichtet dazu, Frauen und Mädchen vor Gewalt und Krieg zu schützen und sie in Friedensprozesse einzubeziehen. Denn ohne Frauen ist kein Frieden möglich. Die Linke im Bundestag will parlamentarisch dafür sorgen, dass diese Resolution endlich auch in Deutschland mit einem nationalen Aktionsplan umgesetzt wird. Deutschland muss in internationalen Konflikten auf militärische Gewalt verzichten. Wir setzen konsequent auf zivile Konfliktbewältigung. Millionen Friedensfrauen beweisen täglich, dass das funktioniert. Die Linke im Auftrag des WDR Vielen Dank.